hallo hier ist wieder mit von xy einfach melzi es geht weiter ins krepp mechanik für weibel ok auch noch wie die drei wo die da reinkommen ich muss noch mal beobachten ist da ein Teil und ein Akku war? ne hier liegt ein Teil rum hier im Wasser habe ich irgendwann mal eins zu trinken gesehen oder was ist das? äh das ok ok nur gut gut röd ok 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 auto ausprobieren jetzt mal oder? mit der saugverrüstung saugverrüstung vielleicht ganz gut wenn wir das schon getrennt machen mit der ok 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 wieder ernten landen gegner ablernen das ist ja das prinzip des spiels material sammeln wird alles tut im spiel sehen bessern man kann sich alles einfacher machen aber die dinge hier oben aus ihr umgeschaltet habe und wann die an die alten kartoffeln rausgenommen habe die kartoffeln nach unten schießen das ist ja schon anders ich wollte gerade sagen es dauert aber lange sonnenuntergang weise sind das unsere leuchten diese leuchten jetzt brauchen wir noch wasser jetzt brauchen wir noch wasser wasser ist da ja wasser 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 trennen so ab er probiert auch wenn ihr aus eins ist an das runter nicht also jetzt wollte man ja noch das ist jetzt immer dauerhaft an oder eigentlich ist es egal ob es dauerhaft an wo habe ich meine eine pistole eine ich bin in ja 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 ich denke mal die materialien drüber draufgepackt sind dann rüberspringen hallo meine vermutung jetzt mitnehmen ok Untertitelung des ZDF, 2020 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 wer konstruktiert der dafür konstruktiert der 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 Oh, das ist richtig. Ja, gut, mal richtig. Nur mal den Weg machen. Ja, kann man da wegnehmen. Okay. So. Nein, der geht's. ich glaube die Federn sind zu weich noch eingestellt hier hinten da ist ja doch jetzt relativ gewischt drauf das zieht das nicht rein die Idee war okay aber die Umsetzung von mir im Spiel ist nicht so ganz so perfekt da haben wir die Ergweinung hier haben wir Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020